Hallo zusammen, ich bin Elaya. Ich bin im dritten Lehrjahr als Metallbauer bei der Firma Metallbau Widmer AG in Alpnachdorf. Heute würde ich euch sehr gerne zusammen mit meinen Arbeitskollegen unseren spannenden Berufsalltag hier bei uns in der Firma zeigen. Metall ist hart. Darum arbeiten wir mit viel Power, um es zu bearbeiten. Dabei fliegt auch mal die Funke an die Späne. Musik Beim Zuschneiden von Stahl und Chromstahl nehmen wir die Schutzhaube von oben runter, damit ja nichts passieren kann. Um Fenster und Türen zusammenzubauen, braucht es viel Know-how, Konzentration und auch ein paar blinde Hände. Musik Die Endbohrmaschinen brauchen wir, um Löcher in Konstruktionen zu bohren, um sie beispielsweise nachher zu verschrauben. Musik In unserer Firma haben wir dir vieles zu bieten. Action, ein super funktionierendes Team, helle Arbeitsplätze. Und wenn du als Lehrling zu uns kommst, hast du sehr früh auch schon ziemlich Verantwortung. Was sich später sehr früh selbstständig macht. Das wäre es gewesen. Ich hoffe, wir hätten die Interesse weggehen können. Und wenn du willst, kannst du dich heute noch für eine Lehrstelle oder eine Schnupperlehre bei uns bewerben. Mach's gut, schönes Tag noch. Musik 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 Musik